Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das hat die Furcht von der Energiekrise zumindest ein bisschen beiseite geschoben Ein bisschen abgemildert Also stabiler Start, den wir hier erwarten Einen stabilen Start, das nehmen wir einfach mal so mit Ich danke dir und wünsche dir einen schönen Tag in Frankfurt Ich habe heute Morgen in der Bild-Zeitung gesehen Ganz großes Bild mit einer älteren Frau Die Angst davor hat, dass das Licht im Winter ausgeht Ich glaube, diese Krise, die haben wir noch ein wenig am Backen Also das ist das, was gestern passiert ist Die Viola hat es gerade gesagt Wir haben gute Zahlen bekommen Unter anderem von Coke Unter anderem von General Motors Und das hat so angehoben Die Marktstimmung und hat dazu geführt Dass wir eben weiter nach oben gelaufen sind In welchem Ausmaß, zeige ich Ihnen gleich Schauen wir uns heute Morgen schnell noch Asien an Aber da wollen wir uns eigentlich gar nicht großartig mit aufhalten Denn wir haben zuletzt starke Kursverluste gesehen Hatten wir schon thematisiert das Ganze Und jetzt, wie gesagt, sehen wir da eine leichte Gegenbewegung Chinesische Tech-Werte übrigens gestern Zumindest in der Eröffnungsphase sehr stark gewesen Also da wurde tatsächlich ein wenig dieser Übertreibung nach unten Schon wieder abgebaut Gestern, das war für uns natürlich relevant Microsoft Alphabet Und es geht tatsächlich lustig weiter Also, wir werden Meta bekommen Wir werden am Donnerstag Amazon und Intel bekommen Und Apple natürlich auch Jetzt bin ich über das Logo einfach drüber gehuscht Genau, Apple, Amazon, Intel Das werden so die Hingucker für Donnerstag sein Shopify schaue ich mir noch an Und natürlich McDonald's Weil das eigentlich immer ein ganz gutes Play ist Für wirtschaftlich schwierige Zeiten Weil die Menschen dann tatsächlich dazu tendieren Mehr Fastfood in sich reinzustopfen Das ist so Also, schauen wir mal jetzt, was wir da gestern gesehen haben Zunächst mal von der Währungsseite Wir sehen momentan den Euro im Auftrieb Das ist jetzt gar nicht so relevant Wir sahen auf 0,95 runter Wir hatten die Parität Der ewige Kampf um die Parität Dann haben wir diesen Kampf verloren Weil eben das Zinsniveau in den USA so stark steigt Und natürlich die Wirtschaft einfach auch dort robuster ist Sicherer Hafen ist sicherlich auch noch ein Stichwort Und dann ging es halt hier erstmal bergab Das haben wir so ein bisschen abgebaut Und nähern uns wieder der Marke von einem Dollar Was interessanter ist Wenn ich mir das langfristig betrachte Oder längerfristig betrachte Seit Februar Nämlich, dass wir die Chance haben Hier tatsächlich diesen Abwärtstrend zu knacken Und damit zu verlassen Und das wäre erstmal ein wichtiges Signal Also von daher sicherlich schon mal ganz interessant Dann kommt natürlich die Parität wieder ins Spiel Ist nur noch ein Wimpernschlag entfernt Und wie weit könnte es dann gehen Dann können wir uns eigentlich immer so An diese Marken, von denen wir abgeprallt sind Da könnte man sich dann so langsam mal orientieren Gar nicht so schnell Vielleicht die 1,02, 1,04 Die dann irgendwann machbar ist Also auf jeden Fall Sollten wir dann noch ein, zwei starke Tage dran bekommen Dann könnte man sich hier long orientieren Und tatsächlich das ganze versuchen auch mal mit einem Optionsschein Oder wie auch immer Dann am Ende zu spielen auf der Longseite Es war bisher ein fantastischer Monat Das kann man anders nicht sagen Es war ein fantastischer Börsenmonat Sie sehen es hier für den Dow Jones Wenn wir uns das tief mal nehmen Das können wir durchaus zum Monatsanfang legen Denn das war in etwa so dasselbe Niveau Und dann sehen wir 11,4% Hier ist es nach oben gegangen Das mag irgendwo im Dezimalbereich eben nicht ganz stimmen Weil der Strich so dick ist zu messen Aber im Großen und Ganzen ist es ein hervorragender Börsenmonat bisher gewesen Sie sehen aber auch die weiße Linie Die den Abwärtstrend markiert Wir haben schon noch ein bisschen Platz nach oben Bevor es dann tatsächlich zu einer Entscheidung kommt Ob wir hier mal aus dieser Abwärtsbewegung rausfinden werden Und für den Nestle gilt mehr oder weniger dasselbe Auch hier haben wir übergeordnet den Abwärtstrend Wir haben auch hier eine sehr deutliche Gegenbewegung Im Oktober vom Tief aus gerechnet Das dürfte deutlich zusammenschmelzen Wenn wir den Monatsanfang nehmen Anders als im Dow Jones Weil wir tatsächlich zur Monatsmitte mal diesen Einbruch gesehen hatten Hatte mit dem Renditeanstieg zu tun Die haben sich ja zuletzt Angeblich haben sich wieder beruhigt Wobei das sieht man im Chart noch nicht so richtig Also Alphabet Das ist dieser Bereich hier Das ist die Kursentwicklung nach Bekanntgabe der Geschäftszahlen Und da ahnt man es schon Es ist nicht gut gelaufen Also tatsächlich hat Alphabet im letzten Quartal 69 Milliarden Dollar umgesetzt Das war unterhalb der Erwartung von 71 Milliarden Dollar Beim Gewinn ebenfalls deutlich unter den Erwartungen 1,06 wurden gemeldet 1,25 waren erwartet worden Was so ein bisschen dazu geführt hat Dass es zu dieser doch sehr harten Kursreaktion gekommen ist Für Alphabet darf man immer nicht vergessen Das sind ja keine Werte Die sich normalerweise 6, 7 Prozent am Tag bewegen Sondern eher so 2, 3 Prozent 1,5 Prozent Also da ist das natürlich schon deutlich Was das ausgelöst hat Ist vor allen Dingen der Rückgang bei YouTube gewesen YouTube ist eine wichtige Einnahmequelle Hat sich in den vergangenen Jahren immer mehr Auch zur Cashmaschine entwickelt Für das Unternehmen und bei YouTube lagen die Umsätze Noch bei knapp über 7 Milliarden Dollar Und erwartet worden waren 7,5 Milliarden Und das ist der Teil von dem ich gesagt hatte Gerade es wurden gestern Antworten gegeben Nämlich darauf Wie wir Punkt A Wie sich die Werbeindustrie Und damit natürlich auch die Werbekunden Die Industrie Also die Wirtschaft letztendlich entwickeln könnte Da ist man offensichtlich Mehr zurückhaltend Oder zurückhaltender geworden In den vergangenen Monaten Und auch mit Blick auf die kommenden drei Monate Ist man zurückhaltend Was die Ausgaben betrifft Das ist der eine Punkt Und der andere Punkt ist eben Dieses übergeordnete Szenario Dass wir im vierten Quartal Dann sicherlich noch ein Problem vor uns haben werden Das ist tatsächlich jetzt Es wird irgendwie klarer Es wird offensichtlicher Was wir uns jetzt einstellen müssen In den kommenden Monaten Wohin die Reise geht So und bei Alphabet geht es jetzt also Erst einmal deutlich weiter nach unten Diese Bewegung die wir gesehen haben Diese Erholungsbewegung ist damit Dann tatsächlich auch beendet Die Aktie wird heute mit einem ordentlichen Gap Nach unten aufmachen Und das Ganze spiegelt sich auch schon In den Futuren wieder Was den Technologiesektor betrifft Da sind wir knapp anderthalb 1,8% etwa im Minus Dann kommen wir zum zweiten Teil Das ist Microsoft Also eben nicht Alphabet Sondern es waren ja die anderen Großen Hinguckerzahlen Und auch hier sieht man Man sieht es allerdings dann erst etwas später Also die Zahlen sind rausgekommen Und die hatte man sich angeschaut Und Microsoft hat mit den Q3-Zahlen Absolut überzeugen können Also die sind sehr stark ausgefallen Ich habe es mir aufgeschrieben Wir haben insgesamt Erlöse gehabt Von 50 Milliarden Dollar Und mehr als 17 Milliarden Fast 18 Milliarden Dollar Gewinn Netto Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen Das ist nicht das ganze Jahr Das waren noch keine zwei Jahre Das war ein Quartal 50 Milliarden Dollar Umsatz Und aus dem ziehen die 18 Milliarden Dollar Gewinn Was für eine unfassbare Geldmaschine Dieser Konzern ist Man hat es mal wieder deutlich gezeigt Und dann ging es trotzdem nach unten Weshalb? Weil bekannt geworden war Dann hat sich das Unternehmen natürlich Etwas detaillierter zu den Aussichten geäußert Und wie gesagt Das dritte Quartal war ordentlich gewesen Escher Die Cloud ordentlich gewachsen Und zwar um 42% Aber Microsoft hat gesagt Im nächsten Quartal Werden ein paar Dinge Auf den Ergebnissen lasten Weshalb sie davon ausgehen Dass das Wachstum bei Asher Sich um 5% Punkte eintrüben wird Gegenüber dem dritten Quartal Das werden dann noch 37% zu gewinnen Und das hat gereicht Um die Aktie auf Talfahrt zu schicken Das hat natürlich noch mit anderen Dingen zu tun Nachfrageschwäche im PC-Markt Dollar Stärke All das lastet momentan auf dem Konzern Und dann wie gesagt Ein wirtschaftlicher Absprung Und all das lastet auf dem Konzern Weshalb man jetzt zukünftig Vermutlich Stärker auf die Kosten schauen wird Man sagt selbst im Unternehmen Hey Wenn wir mit unseren Kunden sprechen Die sagen Ach ihr wisst schon Wir müssen uns momentan So ein bisschen um unsere Kosten kümmern Und das sind alles keine Selbstläufer mehr Also es wird schwieriger Jetzt Geld zu verdienen Aber Ich möchte Ihnen da Ganz kurz noch einen Vergleich Mit an die Hand geben Nur damit Sie eine Größenordnung sehen Das waren ja jetzt gestern Dann so knapp um die 7% 7% Das sind etwa 120 Milliarden Dollar An Börsenwert Die da Sich in Luft aufgelöst haben Ich habe mal nachgeschaut Wie viel DAX-Konzerne Überhaupt eine solche Größenordnung haben Keiner Also wenn man Linde jetzt rausrechnet Keiner Linde will ja weg Dann hat keiner Der DAX-Konzerne Hat eine Größenordnung Das was Microsoft gestern In den Minuten Nach der Veröffentlichung Der Quartalszahlen An Börsenwert verloren hat Es erscheint mir etwas übertrieben Aber der Markt hat immer recht Und jetzt geht es also erstmal nach unten Und wir wissen natürlich Das ist ein hoher Kurs Ja 250 Dollar ist ein hoher Kurs Das bedeutet Dass der DAO heute ordentlich Einen in der Eröffnung mitkriegt Von seitens Microsoft Der Die Idee Dass wir hier über die 250 Springen können Das hat sich damit erledigt Die 6% können Sie erstmal wegrechnen Oder 7% können Sie erstmal wegrechnen Da sind wir irgendwo 17 Dollar niedriger Das ist bei 233 Wenn ich das richtig rechne Und wir hatten 2,19 Da ist es wahrscheinlicher Dass wir uns hier unten Mal irgendwo in Richtung Dieser Oktober-Tiefs Wieder orientieren werden Beim DAX auch ebenfalls Hervorragend gelaufen Und ich will nicht sagen Dass wir uns schon Emanzipieren von den US-Märkten Es sieht jetzt natürlich Ein bisschen wild aus Mit den ganzen Durchschnitten Und den Linien Die ich eingezeichnet habe Aber im Wesentlichen Geht es um folgendes So Schauen wir uns die Linie an Dann sehen wir Wir haben einen intakten Abwärtstrend Wir sehen aber auch Dass sich der DAX hier wirklich Knapp über der 13.000-Punkte-Marke hält Und tatsächlich In Richtung dieser Linien Durchläuft Die 50-Tage-Linie Haben wir schon überschritten Die 100er Die kommt jetzt Die steht kurz davor Und bislang Haben wir Vom Tief aus Rund 10% gemacht Also es sieht eigentlich Gar nicht schlecht aus Zumal wir auch gute Nachrichten Aus Deutschland haben Was so ein bisschen Dann den Markt antreibt Die Deutsche Bank Beispielsweise Die im dritten Quartal Überraschenderweise Ein Milliardengewinn Eingefahren hat Unter anderem Ist das natürlich zu erklären Mit den gestiegenen Zinsen Wovon der Konzern Deutlich profitiert Und ich habe es mir aufgeschrieben Weil es sind so viele Zahlen Momentan 1,6 Milliarden Euro Vorsteuern Hat man Gewinn erzielt Hat man einen Gewinn erzielt Man hat einen Gewinn Von 1,6 Milliarden Euro Vorsteuern erzielt So rum Jetzt ist ein Schuh draus geworden Und das ist deshalb relevant Weil es der höchste Gewinn Der höchste Vorsteuergewinn In einem dritten Quartal Seit 16 Jahren ist Also es soll in dem Fall Tatsächlich nur verdeutlichen Dass die Bank Auf einem guten Weg ist Die Restrukturierung Sie ist voll auf Kurs Und man ist davon überzeugt Dass es auch In den kommenden drei Monaten Eben gut weiterlaufen wird Ich habe es gerade gesagt Das steigende Zinsumfeld Das spielt momentan Den Finanzwerten in die Hand Und das hat In die Karten Und das hat So dazu geführt Dass es zu diesem Überraschenden Ergebnis gekommen ist Übrigens Analysten waren ja bisher Immer skeptisch Was die Jahresziele Der Deutschen Bank betrifft Aber jetzt dürften sie Etwas weniger skeptisch Mit dem was gerade vorgelegt wurde Und durchaus jetzt die Möglichkeit Dass wir da nochmal Ein bisschen Schub bekommen Und in Richtung dann Der 10 Euro Marke laufen BASF Die haben jetzt ihre Zahlen Bekanntgegeben Fürs dritte Quartal War ja mehr oder weniger Wusste man schon Was auf einen zukommt Deshalb in aller Kürze Sie haben die Zahlen Oder sie haben die Ziele Für 2022 bestätigt Sie haben aber auch nochmal Ihr Sparprogramm verteidigt Das muss man auch klar sagen Der Konzernchef Hat nochmal gesagt Wir haben Probleme gehabt Wir haben in den ersten Neun Monaten Alleine bei den Gaspreisen 2,2 Milliarden An Mehrkosten gehabt Und irgendwo müssen wir Natürlich auch schauen Dass unsere Kosten Dann im Blick bleiben Und deshalb will man Außerhalb der Produktion Jetzt ordentlich Auf die Bremse treten Und will 500 Millionen Letztendlich einsparen können Also das ist das Man hat Stellen Den Stellenabbau Nicht ausgeschlossen Also wird es vermutlich Wenn es nicht irgendwo Andere Ecken gibt Wo man einfach sagt Okay Da lege ich den Schalter um Jetzt habe ich mal Einen Haufen Geld gespart Netflix Abo Und Sky Abo Vielleicht noch gekündigt Aber vermutlich Wird das nicht reichen Also werden Stellen Wohl abgebaut werden müssen Und nichtsdestotrotz Der Konzern ist auf dem Weg Jetzt da Sich aus dieser Krise Rauszuarbeiten Ist natürlich auch Ganz schön viel Was man zu verkraften hatte Ja auf der einen Seite Wirtschaftsabschwung Auf der anderen Seite Die enorm gestiegenen Rohstoffe Energiekosten Jetzt eben bedingt Auch natürlich Durch den Ukraine-Krieg Und das Ganze Fortgeschrieben Bedeutet natürlich Dass es weiterhin Ein sehr raues Fahrwasser ist Die Economy Die habe ich glaube ich In den vergangenen Zwei Jahren Nicht dabei gehabt Aber die haben sich Überraschend gut geschlagen Im letzten Quartal Ist ja Mediamarkt Saturn Und die haben sich Überraschend gut geschlagen Und haben jetzt Ihr Geschäftsjahr abgeschlossen Und haben tatsächlich Beim Umsatz Mit knapp 22 Milliarden Euro Über den Erwartungen Gelegen Und dabei auch noch Ein bereinigtes EBIT Von rund 200 Millionen Euro Eingefahren Also durchaus positiv zu sehen Das Ganze unterstützt Durch Marketing-Kampagnen Die jetzt im Sommer gelaufen sind Könnte die Aktie vielleicht Jetzt so ein bisschen antreiben Aber Sie sehen es schon Auf dem Niveau Greifen in der Regel Nur noch sehr spekulativ Orientierte Anleger zu Weil sie sagen 1,45 Penny Stock Niveau Das ist eigentlich nichts Was Mom & Pop Hier in ihren Depots Haben wollen Die Commerzbank Die habe ich vor allen Dingen Deshalb mit dabei Wenn es gute Nachrichten Von der Deutschen gibt Ja Dann ist da durchaus Anzunehmen Dass wir hier Eine Fortsetzung Dieses Aufwärts Dieser Aufwärtsbewegung In den letzten Tagen Weiter sehen werden Ganz einfach Weil die Rahmenbedingungen Sich zusehend Aufhellen Und SAP Klar Ja gestern Die starken Zahlen Ja da hat es übrigens Gereicht Dass die Cloud Um 25% wächst Ja die Auftragsbücher Sind gut gefüllt Und das hat gereicht Dafür dass die Aktie Ordentlich angeschoben wurde Microsoft 37% Für das nächste Quartal Reicht halt eben Für ein Minus Von 7% Aber ich will das hier Überhaupt nicht Will die Leistung Der Waldorfer Überhaupt nicht schmälern Es ist absolut okay Und die Aktie Stand ja zuvor Auch immer mal Wieder unter Druck Also von daher Schon so ein Brustlöser Den wir bei Adidas Uns einfach noch erwarten Wenigstens hat man Jetzt Die Geschäfte Mit Kanye West Oder wie immer Er sich auch Momentan Nennen möge Hat man beendet Das war vielleicht Auch einfach Die öffentliche Kritik Zu groß Der drohende Imageschaden Der ja dann immer Damit einher geht Und ich glaube Er hatte ja noch gesagt Also West Hatte ja offensichtlich Noch gesagt Ich kann sagen was ich will Die können mich Nicht fallen lassen So jetzt wurde er Gerade eines besseren Belehrt Ja doch Man hat ihn fallen lassen Können Obwohl Milliarden Umsätze Damit für Adidas Natürlich auf der Kippe Stehen Es war ein Unglaublich Erfolg Eine unglaublich Erfolgreiche Partnerschaft Die jetzt eben Zum Ende gekommen ist Und dazu kommt Ukraine-Krieg China-Probleme Steigende Inflation Randvolle Lager Also da möchte man Momentan auch nicht Im Chefsessel sitzen Um sich diese ganzen Baustellen vornehmen Zu müssen Und Sie sehen es Natürlich am Kurs Ich glaube Es ist der niedrigste Kurs Tatsächlich muss man Ein bisschen zurückschauen Seit 2016 Ich habe es kurz vor Der Sendung Nochmal gemacht Um mir anzu Weil ich auf der Suche war Okay wo gibt es Haltemarken Langenden Tagen gesehen Das darf man nicht Außer Acht lassen Dass durchaus negative Nachrichten Dann auch mal schnell Beiseite geschoben wurden Weil man eben sagt Übergeordnet läuft das dritte Quartal Besser als erwartet Oder nicht so schlecht Wie befürchtet Kann man sich jetzt raussuchen Und wir haben noch ein bisschen Bums nach oben Die Dynamik Sie ist weiterhin Erstmal intakt Schauen wir mal Wohin uns das Ganze führt Wir sehen uns wieder um 14.40 Dann mit der US-V-Börse Haben weitere Zahlen dabei Werden über die anstehenden Zahlen Etwas genauer sprechen Naja Dann sehen wir uns um 14.40 Bis dahin gute Zeit Gute Kurse Tschüss